ja willkommen zurück bei meinem kanal und zwar habe ich mir ein bisschen was von magitex extra chemistik 22 23 bestellt wir werden die ganzen produkte öffnen ich habe mehr als genug bestellt und falls ihr irgendwelche ballermann musik im hintergrund hört tut es mir leid bei uns ist gerade fast nacht das ist in baden württemberg sowas wie fasching kann man sagen also falls ihr ein bisschen was im hintergrund hört dann tut es mir leid ich hoffe euch stört das nicht ich werde versuchen das so gut wie mit meiner stimme zu übertönen und ja ich würde sagen wir widmen uns als erstes den tins und packe ich das hier gerade zur seite dann würde ich sagen starten wir doch mit den big tins die mini tins kommen dann später und dann starten wir hier mit der ersten und zwar mit der classic celebration pride tin ja und man kann ja auch trikots der trikotstücke ziehen also ich gehe nicht davon aus dass wir eins ziehen das wäre schon hammer mäßig also ich habe sowas noch nie gezogen aber ich gehe davon aus dass wir sowas nicht ziehen werden oh mein gott oh mein gott hier sind vier stück drin hier sind vier stück drin wir haben die trikot karte ja das gibt es nicht das kann nicht sein das kann nicht sein oh mein gott wir haben die trikot karte das kann nicht sein in dieser tin hier das gibt es nicht alter meine finger werden total feucht gerade ohne scheiß steht das hier irgendwo drauf in wie vielen das ist auch egal alter schwede wir haben tatsächlich moment ich muss mir gerade die Finger abwischen die sind gerade echt am schwitzen oh gott wir haben tatsächlich eine drin ich werde ich kann nicht mehr um gottes willen um gottes willen das müsste die hier sein deswegen packen wir das zur seite und widmen wir uns erstmal den hier dass das das kann nicht sein das gibt es nicht dass das gibt es einfach nicht wo ich würde sagen wir widmen uns erstmal denen nämlich die exklusiv nur hier drin sind ich bin ich bin jetzt schon fertig mit jackon böckx hier ist der code für euch alle meine hände zitter meine hände zittern gerade richtig ohne scheiß und egal widmen wir uns jetzt erstmal diesen limited editions ich versuche das video einigermaßen gut hinzukriegen das sind die classic celebration limit sie sehen einfach nur wunderschön aus hier vinitius jr homing son robert levangolski und kilian mbappé ich weiß gar nicht was ich sagen soll mit ohne scheiß mit zittert war alles dann fangen wir mit dem ersten hier an und wir starten direkt mit einer club 100 also die 10 hat sich auf jeden fall schon mal gelohnt lasst doch jetzt schon mal einen daumen nach oben dafür da ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie ich weiß nicht ob das rüberkommt aber ich zitter gerade inhaltlich richtig hart starten mit sadio manee dann dem manager als crystal das ist allegri dann haben wir saliba silva carvalho dann mcgregor morinio italian italian dann zonali skrinja morata petri allegri duat kiergard berghüs reina dann carlo angelotti anderson leao dann pellegrini kubo rigiallison palmieri ericsson dann hat-trick hero ben yedda obermeyang squadzone dann squadzone sangare megavallio megavallio sülle megavallio rüdiger megavallio volland out of this world uribe und dann haben wir noch ein man of the match mit trent alexander arnold hu ich bin grad echt ich bin nur noch am zittern die ganze zeit gerade es ist einfach nur grad ein unbeschreibliches gefühl einfach nur der hammer so dann machen wir weiter mit starburst als crystal karte von petri dann grealish casimiro forfana dann hin kapi oder hin kapi gorecka edwards dann rose vinicius jr canna lulu milinkovic chavits busquets mckenny galtje hakimi hernandez locatelli dann devrie van nistelrooy timo werner dann amorim dann furuhashi moye cancelo dann anthony modest als squat zone karte sancho als squat zone silver als squat zone dann squat zone green parallel von obama young dann megavalu kolisevski megavalu ibrahimovic megavalu rosovic out of this world karib benzema und man of the match ben assa so und jetzt kommen wir auf das auf was wir gewartet haben ich meine das ist von sevilla ähm ich habe mitbekommen dass der von stickerpoint hat ja auch was von uns auch eine von sevilla gezogen ich hoffe das ist jetzt nicht dieselbe also meine ist auch nicht nummeriert so wie seine es ist aber ein trikot stück und ich würde sagen wir drehen das ganze jetzt um es ist tatsächlich derselbe spieler resus navas mit einem original stück trikot bloß beim stickerpoint die grüße geht an der stelle raus war hier oben noch so ein bisschen rot also vom kragen oder von den ähm ähmel mit dabei hier ich weiß nicht was ich sagen soll ich bin grad völlig baff ich bin völlig sprachlos ich habe sowas noch nie gezogen ich habe es mir immer vorgestellt wie es sein würde und wie ich reagieren würde aber das das kann man das kann man nicht beschreiben das ist einfach nur schön einfach nur schön und es ist mir auch egal ob es in großen in großen Anführungszeichen nur resus navas ist so eine karte hier kriegt man nicht alle tage schade dass sie nicht nummeriert ist aber das ist mir relativ egal es hätte auch wer anders sein können aber ich bin mehr als zufrieden resus navas und wir haben ja noch eine big tin ich gehe nicht davon aus dass da nochmal so das glück auf meiner seite ist aber es ist mir sowas von egal ich habe eine trikotkarte gezogen einfach nur schön dafür müsst ihr auf jeden fall einen daumen nach oben da lassen abonnieren nicht vergessen um nichts mehr zu verpassen und ansonsten würde ich sagen hören wir uns im nächsten video und ciao haut rein